Das Coronavirus hat auch Auswirkungen auf die Fridays-for-Future-Bewegung. Neben Absagen größerer Demos ruft die Klimaaktivistin Greta Thunberg nun dazu auf, die Aktion für den Umweltschutz ins Internet zu verlagern. Auf Twitter schrieb sie, den Empfehlungen von Gesundheitsexperten zu folgen und große Menschenansammlungen zu meiden. Die Klimakrise sei die größte Krise für die Menschheit, betonte sie. Angesichts der Coronavirus-Pandemie sei es aber nun an der Zeit, neue Wege zu finden, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Die Aktivistin rief ihre Anhänger deshalb dazu auf, in sozialen Netzwerken den Hashtag DigitalStrike zu nutzen und Streikfotos hochzuladen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatte Fridays-for-Future mehrere geplante große Demonstrationen vor den Kommunalwahlen in Bayern abgesagt. Untertitelung des ZDF, 2020